Durch die hohe Fragmentierung der Baubranche und die hochspezialisierten Softwarelösungen kommt es zu zahlreichen Schnittstellen und unterschiedlichsten Datenformaten. Dies führt zu einem erhöhten manuellen Bearbeitungsaufwand. An dieser Stelle kommen wir ins Spiel. Künstliche Intelligenz ermöglicht es uns in Zukunft, Prozesse unterschiedlicher Art zu unterstützen. Mit der Stack-Plattform haben wir eine Plattform geschaffen, die die Möglichkeiten zur Anwendung von KI anhand von unterschiedlichen Anwendungsfällen demonstriert. Durch die Lokalisierung und Kategorisierung von Objekten in Bildern sparen wir Zeit, erhöhen unsere Produktivität und optimieren unsere Prozesse im Alltag. Die Anwendungen von Stack sind sehr intuitiv und sie erfordern kein gesondertes Training. Die Benutzung ist einfach und das freundliche User-Interface ermöglicht einfaches und schnelles und effizientes Arbeiten. Beim Design der KI für unsere Services achten wir besonders darauf, die Stärken des Menschen mit den Stärken der KI zu verbinden. Durch die gezielte Kombination dieser Stärken erreichten wir eine Leistungsfähigkeit, die weder der Mensch noch die KI allein erreicht hätte. Als externe Entwicklerin habe ich die Möglichkeit, meine Software-Inkremente als Showcases auf der Plattform einzubinden. Der Plattform-Ansatz bietet uns als Baubranche die Möglichkeit, gemeinsam zu lernen. Und da unsere Nutzer unsere Produkte kennenlernen können, steigern wir unsere Reichweite. Erfahren Sie noch heute, wie auch Ihr Unternehmen von KI profitieren kann. Mit Stack – Smart Design & Construction.